. Salut. Dein Tisch ist jetzt frei. Super, vamos. Ich nehm die Getränke. Nein, lassen Sie. Ich bin Ihnen zu klein, nicht wahr? Was reden Sie? Nein. Aber nein, ganz im Gegenteil. Hätten Sie Lust auf ein verrücktes Abenteil? Oh mein Gott! Ich bin aus einem Flugzeug gesprungen. Sehen Sie, ich hab Gänsehaut. Ich glaub's eben. Was machst du heute? Ach, wir gehen zu Fernand. Wir gehen zu Fernand, wer ist denn wir? Nur ich und eine Freundin. Alexandre? Hier bin ich. Das war ein sehr schöner Abend. Ich auch. Du bist so anders. Hast du jemanden kennengelernt? Nein. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Du bist verliebt, das ist mit dir. Liebst du ihn oder nicht? Wie alle kleinen Mädchen hab ich vom großen, starken Prinzen geträumt, der mich auf Händen in sein Schloss trägt. Darf ich weitermachen? Weitermachen womit? Von unserer Geschichte zu träumen. Okay, Schneewittchen. Okay, Schneewittchen. Was hast du gesagt? Ich sagte okay, Schneewittchen. Ich verbiete dir mich so zu nennen! Zwischen euch ist es aus. Sie ist jetzt mit mir zusammen. Also Finger weg. Willst du mir drohen? Diane hat sich entschieden. Du bist raus. Ich mach dich fertig, du Idiot. Trau dich, Zwerg. Ich will Blut sehen. Los! Komm! Komm! Ja! Nein! Nein! Warte! Du bist ein ganz besonderer Mann, Alexandra. Die Welt wird durch dich größer. Eine Grimasse. Ja, eine Grimasse. In Ordnung. Ich kenne einen aus der Schönheitschirurgie. Okay. Alles Natur. Ich hab nichts zu machen lassen. Eine Weinreise ohne die Messehalle zu verlassen. Und wir nehmen jedes Jahr eine andere Route. Genau. Und dieses Jahr fangen wir im Osten an. Das stimmt. Dann wäre Glück. Ja, es ist besser uns am Anfang zu haben als am Schluss.